Er will Hookswing, aber er ist kein Captain Hookswing. Das war so ein schlechter Hookswing, Alter. Geht nicht verkaufen, Junge, spring runter. Was? Er will Hookswing, aber er ist kein Captain Hookswing. Er will Hookswing, Junge. Er will Hookswing, Junge. Join me, and together we can rule the galaxy and its father and son. Er will Hookswing, Junge. Er will Hookswing, Junge. Er will Hookswing, Junge. Ok. Wo kam dieser Hit her? Versteh ich nicht. ich drehe schon seit stunden ja 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 du es du es du es du es aber kommt der war so gut erst schon wieder so schlecht dass es schon wieder gut war ich habe ein todes wieso konntest du zweimal abwehrdrücken ich habe nicht gesagt wer der hacker ist mach das mach das hallo drehen danke nein 3 dritte mal mittlerweile egal egal von den schienen ist auch ein sieg voll zu sagen oder nimm das nimm das nimm das das ist der Natürlich! Ich sag's wie es ist, wenn du mir kein Damage machst, regenerier ich das voll. Die Ausdauerwälder, ich könnte kotzen. Verdient. Ist mir egal. Dass der überhaupt Ausdauer hat, Digga, der hat doch nicht mal eine richtige Hand. Ich schwäge der richtige Beine. Komm noch. Ja komm durch. Komm her. Komm her. Mach das. Das war aber... Warst du dir selbst sicher, als du es ausdauernd hast? Das sag ich dir wie es ist. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Danach hatte ich ein Pipi. Aber nur so ein kleines Striezel, ne? Ja, so ein bisschen. Mach das. Sagte Chantal auch, danach war sie schwanger. Der kleine Tropfen, der noch mitkommt. Nichts. Ich hab die Ausdauer. Das war meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Was ist eh deine Ausdauer? Du kannst nicht, auch wenn du willst. Du kannst nicht. Mach das! Oh oh, jetzt wird's knapp! Steven, du darfst! Oh mein Gott, ich hab noch zwei gefangen! Nö! Hau ab! Ich geh aber runter, ich komm runter! Ich komm runter! Dann geh zuerst, dann geh zuerst! Okay. Sie müssen gleich umbringen, falls ich jetzt nicht gewinne. Ja, ja. Nein! Nein! Was?! Oh mein Gott! Gab der jetzt eine kleine Spitze mit von hinten oder was? Oh mein Gott, mein Herz! Verkack jetzt nicht! Machen wir den Griff! Komm! Und ich möchte sagen, mein Obi-Wan hat keine Arme. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Und ich möchte sagen, mein Obi-Wan hat keine Arme. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil bei mir hast du Arme! Bei mir nicht, es ist auf Aufnahme! Wir müssen kurz warten, ich bin durch Feuer gelaufen mit zwei HP verloren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach das! Oh, ich denk schon mal... Bleib stehen, du Drecksvieh! Du kannst schneller laufen als ich! Das ist unfair! Mach das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nö! Du darfst nicht einen Schlag kassieren! Nimm das! Den hab ich kassiert! Bleib stehen, die kleine Fotze! Warte, wo ist das, Michelle? Ey, warte! Ey, warte! Warte, warte! Warte, warte, warte! Ist das, wie du 바로 bei euch durchgerollt, oder was? Ja! Steven? Okay, lass. Mach das! Ich wusste das. nein ich hab die weite karte nicht mach das du kannst du macht im griff ist ready ist er nicht, das weiß ich. Du hast nur gesagt im Ausdruck zu rechnen ich hab mitgezieht Kollege, ich hab mitgezieht wer hätt's gedacht nein jetzt hat er mich ja easy schön TG das ohne Oberarm mein Gott noch nicht mal ne Sprachnachricht kann man nicht abholen auf nichts kann man sich nicht mehr verlassen mach ok let's go aua nein was war das denn, was machst du ha 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 alter das war ja ein glitsches Todes allerdings nix 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 Arschloch! Geil! Geil! Spanio! Nein! Komm doch her! Ah! Das geht nicht! Das ist ein Schatzredaktion! Ohne die Wester ist schon zweimal gestorben. Ja! Ich leb noch! Noch! Genau so! Weg! Nein! Kein Leben! Ist okay! Ist okay! Geh weg! Ja! Ja! Keine Austrauer! Unentschieden! 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 Ich habe keine Austrauer! Geh weg! Ja! 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 Haha! Pass auf! Die wird doch nicht etwas schwindelig! Ja! 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 Ich bin ja ehrlich! Ja! Ich bin ja ehrlich! Ich bin ja ehrlich! Oh! Nein! Ich dachte ich komme ich dahinter! Ich bin ja ehrlich! Alter! Easy! Easy! Das war unexpected, Junge! Wow! Oh, wieso die ganze Blaster? Meine Fetze! Kapiert der Junge das nicht? Offensichtlich nicht. Er ist der Light Gamer. Der ist nicht so gut. Der ist nicht so helle. HA HA HA! HA 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 HA! Wie kann das so ehrenlos sein? Mit Ray gegen Vader, Alter. Ja, genau, Junge. Soll ich direkt von der Map springen, Alter? Taktische Niederlage und so. 555 Level. Dankeschön. Bitte. Oh oh. Boah, ich sah den Springer daneben. AHHHHH! Nein! Ich hab schon gesehen, ey. Er war schon so am Rand. Ja, ja, war er. Oh fuck. Und dann sind die wieder rausgegangen. Ey. Echt? Oh, ein paar Bonnie-Hubs. Ne, ich mag die Bonnie-Hubs-Scheiße. Und nicht. Macht erst mal einen. Ja, aber nur einen! Nee, als einen mach ich nicht. Ich hab die Karte noch drin. Mir aber egal. Ich hab die Karte noch drin. Oh Gott! Wegen dem Mind-Trick? Ja. Ich bin ne Kombi. Das nicht. Das nicht. Ich kann mal Anni fragen. Dann nehme ich zu viel. Warte mal. Oh oh. Ich bin ehrlich. Ich wollte es genau so. Aber das uns klappt. Hätte ich nicht gedacht. Nein, 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 nein. Da steh ich. Ja, ich guck zu dir runter. Ich muss Lülü. Der Lund. Dene, Orson Was' up, Weezy? Show off!